Hello again! Wir sind im Club, ja, willkommen total und herzlich, sind Anita und Maja, im sogenannten Erdogan-Club. Ich weiß nicht, wie die Range der Kamera gerade ist, aber ich hoffe, ihr seht da. Wenn nicht, dann seht ihr gleich noch was anderes. Egal, so, willkommen, total und herzlich zum alljährlichen Club-Treffen. Im Moment sind die Gründer, das sind nämlich wir drei, ah, ne, hab ich ja gesagt, und die anderen beiden Super-Gründer sind irgendwo in der Ferne, das ist Erdogan und der Nils, die hängen da aber an der Wand, die sind auch die Gründer und heute haben wir ein Anliegen. Ja, wir haben ein Wahnsinns-Anliegen hier, Cobra 11, wenn ihr das gerade sehen solltet, zwischen den 22. und den 26. dann kriegt ihr sogar 15% Rabatt, aber das erklärt euch sehr... Ich glaube sogar bis zum 29. Ja, oh, Erdogan macht sogar bis zum 29. Ich bin hoffend, dass ihr bis zum 30. macht, aber kauft lieber jetzt, kauft lieber jetzt. Wir machen jetzt aber keine Verkaufssendung, wir mögen die Teile, deswegen. Also das habe ich gerade frisch gewaschen, seht ihr da selber? Ja, und sie sind bequem. Erstens bequem, wunderbar verarbeitet, jetzt machen wir eine Verkaufssendung, ja? Wir sind eben die Wichtel heute, ihr merkt, es ist Weihnachtszeit, ihr wisst vielleicht, oder ihr wisst nicht, was soll ich schenken, schaut an. Erstens, in leicht Windgrün, in Anthrazitgrau, ne? Die richtig Schwarzen haben wir noch nicht geliefert bekommen, außer das, das ist sie wirklich absolut nicht schwarz. Frisch gewaschen, schützt sich wunderbar an, ist dieses T-Shirt, Erdogan trug es auch, hat er ja vielleicht schon vor der laufenden Kamera gesehen, hat er ja drauf aufmerksam gemacht. Er hat uns höflich gefragt und wir drei haben gesagt, jo, machen wir, ne? Wir machen Werbung, wir machen Werbung für Erdogan und seine Kollektion, äh, Cobra 11, ich glaube, geboren im Jahre 2018 steht da. Also 2018 hat er sich dann ausgedacht und seit 2019 kaufen wir uns schon wie die Weltmeister. Ihr wisst ja, wir wollen ja unbedingt das hier haben. Erdogan, wir möchten dieses Jahr. Wir wollen den Zipudi. Ja, genau, den Zipudi, ja, mit dem ganz fetten Cobra auf der Seite, glaube ich, ne? Ja, egal, den geht man gern. So, wir sind halt ein Club, ein Klüppchen, wir mögen Cobra seit 1996. Genau, ja. Ja, und ihr habt natürlich viel mehr zu erzählen wie ich, weil ich bin nämlich nur der Admin, ich bin der Typ an sich, nur hinter der Kamera. Wie oft ich hier vorne sitzen werde, weiß ich in Zukunft nicht. Vielleicht will ich immer nur hinten zu sehen, aber ihr könnt ja zurückspulen zur ersten Folge. Heute ist die erste Folge, wir schreiben das Jahr 1996 und wir gucken gerade, guck mal, ey, toll, ey, wer ist denn der Hund da? Also wir hätten ja weiter überfahren, ey, der ist ja gerade da angekommen, ey, das ist Erdogan, ey, vor... Ah, der Hund ist aber nicht Erdogan. Nein, das war Rambo, das war Rambo. Entschuldigung, Rambo mit den langen Ohren, ne? Ich hab' mir auch alle Tiere mal angesehen, waren zwar nicht viele, aber ein paar Tiere waren schon. Ja, Johannes. Ja, genau, Johannes. Der Elefant auf Autobahn zum Beispiel. Ja, richtig, genau. Das Schwein? Ja, Schwein war auch da. Was für ein bisschen... Eine Menge. Eine Menge, sehr viele. Also, wir begrüßen jetzt erstmal die ganzen Ausgestiegenen. Wir springen jetzt von 1996 mal eben zurück im Jahre 2019, denn so lange gibt es schon Alarm für Cobra 11. So, Sie sind nicht mehr da. Wer ist nicht mehr da? Daniela Rutte. Ist nicht mehr da. Katrin Hess. Ist auch nicht mehr da, richtig. Daniel... Woisler, Daniel Woisler. Leider auch nicht mehr da. Daniel Watzek. Ja, genau, Watzek. Ist auch nicht mehr da. Ja, und sind schon mal... Katja Wollmuth. Ja, genau, Katja Wollmuth ist auch nicht mehr da. Jenny, die Jenny gespielt hat. Ja, aber ja, Katrin Hess. Ja, genau, die Katrin Hess ist auch nicht mehr da. Ich habe den Jungen, den schmalen. Ja, Leon. Leon, ja, genau, Leon. Der ist auch nicht mehr da. So, wer ist denn überhaupt noch da? Hallo. Ja, genau, Erdogan ist da. Erdogan ist da. So, Denise ist da. Dana ist noch da. Dana ist noch da. Die Tochter spielt. Andrea. Ja, Andrea. Seine Frau, seine Kinder. Also, die Familie Erdogan. Auch ist noch komplett da. Ich glaube, das ist sein echtes Kind, ne? Das Mädchen. Die hat ja auch Geburtstag gehabt. Oder hat einen wunderbaren blauen Hasen gemacht. Er war mehr blau wie der Hase, aber auch egal. Aber das war wunderbar anzusehen. Dankeschön für den Videoclip an der Stelle. Er macht ja unheimlich viele Videoclips. Und ein paar blende ich ja auch ein. Wir sind absolut zu Fans. Jetzt springen wir wieder zurück. 1996 mit dem Hund Rambo. Frage. War die besser wie die heutigen? Weil, wenn man wirklich zurückblickt. Das war alt. Der Chef persönlich. Ja, mein Joa hat ja da angefangen. Man sah halt viele Fehler. Also, ich jetzt vom Film sah Fehler. Plötzlich sitzt ein Typ da mit dem Helm. Das hätte natürlich rausgeschnitten werden, bis er da von der Autorand runtergefallen war. Dann mit dem Anker. Der Anker kam, das Auto abgehoben wurde. Dann merkte man halt auch. Was gut getrickt wurde, war natürlich, wie der Intendant damals von RTL da mit seinem Auto, mit seinem Porsche da abgehoben. Also, man hat ja auch später die Dreharbeiten gesehen, weil da gab es das DSF, glaube ich noch. Ja, ja. Genau, das gab es ja dann auch nicht mehr. Also, ich bin ja seit 1995 mit dabei und ich habe vieles erlebt und habe es nicht vergessen. Ja, also, ich bin nur Fan jetzt, ist klar. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Aber unter uns Fans, es macht unheimlich viel Spaß zu schauen. Nicht nur die Alten. Wir fangen vorne an und enden dann hinten. So, wer von den ganzen Neuen insgesamt, die an seiner Seite kamen, waren denn jetzt nun mal die Besseren? Also, ich habe jetzt wirklich intensiv das Alte gesehen und habe festgestellt, das hat ein ganz anderer Flair gehabt. Hört das auch. Das war irgendwie so mehr kriminalistisch. Andere würde sagen Drögel. Also, die waren normal, sprachen normal, benahmen sich normal. Ab wann wurde das letztlich? Kam das durch Tom? Tom Beck? Wie er da plötzlich da so Sprüche drauf, Tür auf, guckt, oh, ne? Und solche Sachen. Da war es eher humoristisch. Ja, da war es schon. Wo Tom kam. Ja, wie gesagt. Weil die anderen, die waren alle so ein bisschen ruhiger. Ganz da. Ja, genau. Der eine, der nicht da war. Ich habe jetzt den Namen dann. Ich kann nicht alle im Kopf haben. Vielleicht habt ihr den ja. Also, wir springen zurück. Erst war er ja, der sogenannte, der eingetreten ist. Und dann ist ja, der jetzt 56 geworden ist, dazu kommt richtig. Renne Steinke. Genau, der ist das noch gewesen. Der auch nachher weg war und nachher wieder reinkam. Der wollte Erdogan gehen. Und dann ist er doch nicht gegangen. Also, der Faden ist ja immer, ich gehe, ich gehe nicht. Die schlimmste Folge war, wo er wirklich gegangen war. Und zwar zur Kripo da in so einem LKA. Und ja, LKA, da hat er sich überhaupt nicht wohlgefühlt. Also, sofort wieder abgehauen. Ja, genau. Man hat ihn dann sofort wieder gestrichen. Also, Punkte streichen hier, wie Nils in dem roten Mercedes da und nachher umgekippt ist. Und die Platzwunde am Kopf hatte. Seitdem ist er ja in der KTU. Er war nicht geeignet als Partner für Erdogan. Schade eigentlich. Lieber Dramaturgist, du hättest ja besser schreiben können. Ja, Nils kann ja kein Blut sehen. Und dann war er weg. Jetzt haben wir ja gesehen. Der fiel ja da voll auf seinen Kopf und hatte nachher eine Beule. Und war klein. Ja, okay. Nein, er macht seine Rolle gut im DSF. Und Erdogan macht seine Rolle gut als Hauptkommissar. Bin ja jetzt gespannt. Jetzt sind wir ja im Heute. Also, sagen wir mal so. Wir verabschieden jetzt das alte Kopa. Wir drei sind, wie gesagt, seit 96 dabei. Wir sind jetzt nicht traurig. Natürlich stimmt das einem. Traurig. Besonders jetzt in dieser Jahreszeit. Sonst hört man diese Zippelmütten nicht auf. Wir sind in der Weihnachtszeit. So, in der Weihnachtszeit haben wir jetzt mindestens ein Jahr lang keinen Kobra. Was machen wir denn? Wir haben ja gerade geholfen. Die Widerholung. Die Widerholung. Am 20.12. kommt ja auch die neue Staffel auf DVD. Ja. Zum Leidsten. Nicht die neue Staffel, sondern die ausgelaufene Staffel. Leider. Die Abschieds-Staffel kommt dann am 20.12. schon mal vormerken. Also, noch einmal. Ihr habt kein Geschenk. Habt ihr gerade gehört. Am 20.12. vorbestellen. Dann habt ihr schon mal ein Geschenk. Nämlich eine DVD oder Blu-ray. Dann vormerken. Hier die Hoodies und T-Shirts. Und die neue Kollektion. Und die alte Kollektion. Für den Sommer und für den Winter. Vorbestellen beim Erdogan. Wenn ihr Glück habt. Jetzt in diesem Moment. Aber wirklich nur in diesem Moment. In ein paar Tage. Kriegt ihr da glaube ich 15% Rabatt. So und Schnitt. Jetzt müssen wir wieder für den Warenpreis kaufen. Weil ihr habt zu spät geguckt. Ist klar. Also wir machen das einmal im Monat. Das ist die weihnachtliche Sendung. Da fangen wir an. Wo wir heute in einem Jahr sind. Weiß ich nicht. Weil dann soll ja die neue kommen. Jetzt wie gesagt. Das alte haben wir durch. Jetzt schnappen wir uns das neue. Äh. Stutzenstein. Kommt die wo rüber? Ja. Also ich finde. Man muss ihr eine Chance geben. Ja sicher geben wir ja eine Chance. Ich meine. Sie hat ja schon vieles gemacht. Sie hat ja gestern noch ihren Clip gezeigt. Mit der Wunde da. Und so. Und dann kam ja auch die Dani. Ne die Tochter von. Ich weiß nicht. Wie heißt sie jetzt nochmal? Dana. Dana ist die genau. Und gab ihr da so einen rütterlichen Kuss da drauf. Und dann haben die. Und so waren raus. Also ich habe festgestellt. Es werden viele Clips gemacht. Die schon mal reißer durch. Das sind besonders die Clips. Die wir gesehen haben im Sauerland. Die Dreharbeiten. Also es macht tierisch viel Spaß. Ich habe gestern einige Dreharbeiten nochmal reingestellt. Weil wir haben ja den sogenannten Club. Wir drei sind die Clubmitglieder. Und die anderen beiden gehören dazu. Die sind nur nicht da. Das sind die Hauptakteure. Nils und Erdogan. Ist klar. So und. Habe ich also schon reingestellt. Und wenn ihr auch welche habt. Dürft ihr reinstellen. Ja. Posten Leute. Posten. 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 Und wir sind schon 156. Ach da alles rein. Zwei habe ich schon begrüßt. Das war die Nummer 110. Ist klar. Polizei ist da. Und die 112. Hurra. Das war die Feuerwehr. Der war also Auto da. So. Jetzt sind wir leider schon bei 156. Die Nummer kenne ich nicht. Keine Ahnung. Müsste ich mal anrufen. Mal rauskommen. Mal rauskommen. Oder so. Also klar. Also wie gesagt. Wir sind ein Club. Wir wollen kein Geld nehmen. Das tut man nicht. Weil wir sind ja die von RTL. Wir bedanken uns jetzt hier. Alle drei. Bei RTL. Dass wir euch das irgendwann mal ausgedacht haben. Besonders Hermann Joa. Der sich das ausgedacht hat. Der so eine Idee hatte. Und die ist angenommen worden. Und fast 25 Jahre. 23 Jahre. Genau. Fette 23 Jahre. Jetzt gehen wir ins 24. Jahr. Komplett neu. Ist klar. RTL muss Geld verdienen. Wir Fans wären sehr traurig. Wenn es zu Ende wäre. Nur für uns ist es ja nicht zu Ende. Weil wir haben die DVDs vom Anfang bis zum Ende. Und ihr seht. Wir machen dann selber welche. Dann nehmen wir der DVD und spielen das nach. Also auf Deutsch gesagt. Wird nicht enden. Genau. The Never Ending Story. Das ist Autobahn. Alarm für Cobra Elf. Never Ending Story. Ja. Fouhour. Wer ist Fouhour? Wir nehmen dann Tom. Der war immer so lustig. Tom ist der Fouhour. Da reiten dann alle Gruppen. Ist aber wahr. Also wie hat die Serie wie gesagt immer Spaß gemacht. Irgendwie keine Ahnung. Ich habe mit sehr vielen gesprochen. Auch Kunden hier. Weil hier ist ja jetzt mittlerweile so Hole of Fame. Ich muss nur mal alles anpinseln. Ich habe es noch nicht geschafft. Deswegen seht ihr das nicht. Demnächst alles Bupula Rot. So wie da eben der Filmclub. Mein RTL. Und Willkommen bricht herzlich. Und dann seht ihr da. Hinten kann man ja schon wunderbar seht. Wenn man das bunt ist, sieht man das auch von beiden. Die beiden Jungs strahlen uns auch gerade an. Erdogan guckt da gerade. Nils guckt auch gerade. Also Welcome to the Hole of Fame. Viele Kunden finden das auch toll, wenn die da so stehen und gucken. Auch wo eine Dose kaufen. Ja. Franz Schandt war nämlich auch da. Hooran von Bronnywood. Nee, korrekt. Weil er hat ja eine Folge gemacht. Ich glaube 45 war das. Ja. Komplett. Hat er die machen dürfen. Das finde ich super. Die musste ich mir auch dann sofort holen. Er war ja auch hier. Hat ja auch reichlich Blödsinn hier gemacht. Hat wirklich jedes Teil auseinandergenommen. Das haben wir auch gefilmt. Da oben lacht er auch gerade. Das könnt ihr nicht sehen. Aber wenn man hier reinkommt, sieht er das. Und der Onkel Doktor, den hat er im Schlepptau gehabt. Das ist auch so ein Audio Doktor. Also ein sehr guter Zahnarzt. Also wenn man Zahnarzt war, ab zu ihm. Das ist ja wunderbar. Nein, das ist ja wunderbar. Nein, ich sag das nur. Ich muss ja auch Werbung machen für den Onkel Doktor. Der macht so viel Werbung für uns. Und wir machen auch Werbung für ihn. So, loslegen. Ihr seid jetzt seit 96 Fans. Wodurch kam das? Ich hatte vorher vor Alarm für Corporal Elf habe ich Der Clown geguckt. Ja, richtig. Okay, den habe er. Ja, und da war Erdo ja auch in einer Folge mit dabei. Ich habe sie übersehen. Ja, ganz gut. Ja, genau. Im Piloten war der Clown. Ja, und dann habe ich dann weiter geguckt und Alarm für Corporal Elf. Also, ja, genau so wie ich auch. Okay, man sieht eine Folge und guckt und hört mich auf. Ja. Und du auch. Ich habe den da eingeschaltet, RTL, Sendung für die Filme hier, dabei geblieben. Habt ihr auch eingeschaltet und seid dabei geblieben. Einfach unten drüber schreibt, bei YouTube oder bei uns in dieser Gruppe. Und mich mehr aufgehört. Willkommen im Club, ich höre auch nicht mehr auf. Ja. Ja, genau. Wir haben geguckt und heute sitzt man selber vor so einer Kamera und erzählt uns ein. Ihr könnt auch mitmachen, denn da wollte es überhaupt kein Thema. Was hat denn jetzt an dieser Sendung eingefesselt? Also, ich mag den Erdogan, so wie der ist. Ich mag seine Lächeln, seine Struktur. Also, du bist also auf dem Schauspieler. Der Schauspieler ist bei dir sozusagen die Serie Cobra Elf. Bei dir? Die ganze Story. Die Story. Ja, so wie bei mir, okay, wie ein Dramaturgist. Also, für mich muss das immer alles stimmen. Es darf kein Mikrofon zu sehen sein. Fangen wir mal so, ich bin da durchgekommen, durch Hermann Joer ist klar, die ganzen Explosionen und das ist seine Sendung und er hat so viel explodieren lassen, 7000 Autos, 400 Liter Blut. Da musste man gucken. Nee, ist Kunstblut. Nein, also ich habe die Sendung verfolgt, die er damals gemacht hat, auf 89 aufwärts. Und dann hat er ja auch erzählt, dass er die Sprungmatte gekauft hat. Dann hat er dieses Eisen gekauft und die Autos nachher. Und das machte für mich Sinn, weil ich ja halt das mochte und auch mein Beruf halt ist, das zu sehen, wie man das macht und damit man das nicht sieht. Da wurden Baumstämme eingebaut, die wurden dann explodiert und flogen die Autos. Das gibt es heute alles nicht mehr heute mit Getrickst. Der große Wagen zum Beispiel, wie oft die da geprobt haben, bis der umschlug. Also mit voller Kapazität. Dann das neue Feuer, was einem nicht wehtut, aus diesem Pflanzenstoff, wurde dann gezeigt. Vorher war ja alles echte Pyrotechnik, das war ja ziemlich gefährlich. Aber jetzt hat man diesen Pflanzenstoff da entwickelt und da kann man auch richtig Feuermeere machen, ohne dass man sich da verbrennt. Das ist irre, weil keine Hitze entsteht. Also die Tricks, so und jetzt kommt es nämlich zum ersten Mal, drehen die auch in Green Rooms. Erdogan sitzt manchmal in einem grünen Auto und ist überhaupt nicht in einem richtigen Orient. Wenn zum Beispiel, oder aber konnte man bei einem anderen Film sehen, jetzt nicht bei denen, aber die haben es auch. Und zwar sind das Simultans Autohüllen auf einem riesen, dicken, fetten Arm. Und dann werden die da so hin und her, um und so weiter. Also es macht tierisch viel Spaß, was heute abgeht. So, wenn wir jetzt die Bilder dahinten verfolgen, wir lieben ja den Hintergrund, ihr seid ja auch sehr oft am Set. Ihr wart ja jetzt glaube ich auch im MNC-Studio kurz. Habt ihr ja auch Bilder, du hast ja ein super Bild da, kann man wunderbar mit arbeiten. Ja, also wie gesagt, jetzt in Köln wird gedreht, MNC-Studio mittlerweile. Könnte es sein, dass die beim UR da nicht mehr so drehen, weil das sieht ja wirklich vielfältig aus. Ja, das ist praktisch von außen immer nur. Dann kommt ihr aus der Türe raus, bei Action-Konzept und so. Ja, mehr war das ja nicht. Die Büroräume gab es ja wieder woanders. Die sind in den MNC-Studio. Ja, jetzt. Aber vorher nicht. Vorher haben die auch da gegrügt. Ja. Und da waren die auch... Das große Rolltor war ja die KTU. Ja, da sind sie noch. Ja, ich weiß noch, da ist nichts mehr drin. Ja, da ist... Also sagen wir mal so, bei Hermann Joa findet dann wohl nicht mehr so viel statt. Der hat der Dreh-Arbeiten. Außer auf dem Rätschen-Konzept, da auf dem Hufschrott sind die ganzen Autos alle noch da, die wir... Also der riesige Parkplatz, dann steht jedes einzelne Auto. Vorne an ist der Hufschrott, der ja immer hoch, der so tut, als er fliegt. Der wird ja gezogen durch Köln meistens. Dann gibt es ja auch den echten, den kann ich noch, den weißen, den es noch gibt, vorhin mit der dicken, fetten Kamera. Der ist also... Aber der steht nicht da oben. Der steht da oben. Nee, der ist überhandelt, aber den gab es mal. Das war ein weißer Hubschrauber mit einer Wahnsinns-Kamera vorne in den 80er, 90er Jahren. Ja, da steht auch die weiße Limousine auf dem Hof, da steht die rosa Limousine, die ich so gerne mag, steht da drauf. Ja, und auf meinem Tablet habe ich insgesamt von 96 bis jetzt über 20.000 Bilder. Hammer. Die müssen alle mal auswerten. Und die habe ich auf dem Tablet und auf dem Handy habe ich auch schon... Ja, und die Festplatte, die wir haben. Die Festplatte, die ich noch bei ihr zum Fliegen hatte, auch immer über 5.000 Bilder. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, auf mein Handy habe ich jetzt auch hier neu 6.000 Bilder. Ja, und fast 40.000 Bilder aus dem Jahre 96 bis heute. Ich habe nur ein paar da und die ganz neuen. Die alten habe ich leider alle gelöscht, auch 89 gelöscht. Weil ist halt Beruf und Hobby, das sind zwei verschiedene Schuhe. Beruf muss man leider löschen. Im Hobby-Bereich lässt man ein bisschen rüber. Aber wie du schon sagtest, es gibt ja dank Google so viele Sachen, die man sich da holen kann. Und ich finde auch super toll, dass Erdogan endlich mal mit dem Handy umgehen kann. Aber er kann jetzt endlich damit umgehen. Seine Tochter hat ihm alles eingerichtet, auch Instagram. Und ich fand es heute super toll, wie er vor laufender Kamera über seine Hoodies, T-Shirt gesprochen hat. Und uns dann glorreiche 15% gegönnt hat. Danke! Ja, danke! So, Ladies and Gentlemen, das war die erste Folge. Wir denken uns, das war eine Spontan-Folge. Müsst ihr uns verzeihen, wir haben jetzt versucht daraus irgendwas Tolles zu machen, weil es Weihnachten ist. Eine Weihnachtsfolge ist immer so eine komische Sache. Wir haben es auch gegenseitig beschenkt. Muss auch sein. Wir beschenken euch mit diesem Video. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, worüber wir versucht haben zu philosophieren über das alte Cobra. Und jetzt zum Schluss das neue Cobra unter uns. Könnte es sein, weil Erdogan da in Istanbul vermögelt wurde und so. Und er schrie auch schon weiter, oder? So, das ist die Pia, noch heiße Pia Stutzenstein. Wie sie dann in Wirklichkeit hat, wissen wir noch nicht. Da sind wir noch am Philosophieren. Susanne einmal, das weiß ich aber nicht. Ja, Susanne ist ja weg. Nein, nein, das ist ja auch Susanne. Glauben wir mal nicht. Passt aber nicht. Wie soll Vivien, ne? Vivien soll so heißen. Ja. Irgendwie so. Andere hat gesagt, Vicky. Ja, Vicky, genau. Vicky oder Vivien. Warten wir mal. Ja. Das ist noch heiße Pia Stutzenstein. Die junge Dame hätte ihn angeblich da gerettet. Sie wäre angeblich von Interpol. Aber unter uns, wer schreibt denn sowas? Also wenn ich bei Interpol bin, gehe ich nicht zur Autobahn-Polizei. Also glaub ich kaum. Ne. Also ich weiß nicht, so ein Cliffhanger. Also als Dramaturgist schießt mir da grad die Story durch die Birne. Man könnte da, keine Ahnung, ja okay, man könnte Interpol sagen, dass sie da irgendwie auf diese Drogenszene oder Schieberwannen da angesetzt war. Und ihn dann halt befreit hat und er sie dann gefragt hat, willst du nicht zur Autobahn-Polizei? Das glaube ich auch nicht, weil Erdogan an sich ein Einzelgänger ist. Der wollte nie. Der wollte nie eine Frau als Partner. ZB. Auch die anderen. Muss das sein? Ja. Einmal hat er ja kurz alleine gearbeitet und dann kam ja der, den ich grad genannt hatte, der 56 jetzt wurde. Tom Kranich. Tom Kranich kam dann plötzlich wieder. Einmal hat seine Ehefrau in der Rolle. Ehefrau hat ihn geschafft, wie gesagt zum BKA. Aha! Da war er eigentlich grün. Man merkte auch, dass er traurig war und so. Nachher hat es wieder richtig schön Spaß gemacht. So jetzt sind wir hier und hier sind heute. Was ich sehr schön finde, auf dem Weg möchte ich mich bedanken bei dieser Pia und natürlich bei Erdogan auch. Dass sie uns diese Sachen zur Verfügung gestellt haben, dass wir das alle sehen wollen. Wie die hier im heimischen Bereich, Sauerland, Brilon und so weiter. Westwick, Entschuldigung. In Westwick, der neuen Autobahn, dort gedreht, gearbeitet haben. Auch da kam das Strungbrett, das Lieblingsstück von Hermann Johar. Das ist ja unter Druckluft, schießen die dann über die Leitplanken. Also die müssen vieles aushalten, aber nicht mehr so viel wie früher, wie gesagt. Die sind ja im Greenroom am Arbeiten. Die müssen die Autobahn heiligelassen haben. Korrekt. Ja, das weiß man nicht. Also ich bin einmal von Düsseldorf, also ich bin von Westwick nach Hause gefahren. Das ist schon lange her, nicht auch über das Teilstück, das ist ja gerade neu. Sondern ich bin dann nach Hause gefahren. Dann sah ich plötzlich nur noch Brennspuren oder plötzlich Vogeladen, Auto entgegen. Dann sah ich schon die ganzen Kameras. Dann sag ich, oh nee, hauptsache komme ich heil da ran vorbei. Ich bin heil da. Ich hatte keine Lust zu stehen, zu gucken, zu warten. Da hatte ich keine Lust drauf. Ja, manchmal ist das so. Dann vergessen die ja eine Absperrung oder so. Es waren auch zwei Busse, kommen da plötzlich. Ich merkte schon, wir witten in Elefantenrennen da. Wirklich. Zwei Busse. Dann musste ich nach Iserlohn. Ich bin dann dran vorbei. Auf einmal sehe ich, wie die beiden Busse hielten. Alle ausstiegen. Sag ich, Gott sei Dank. Dann bin ich dran vorbei. Weil ich habe... Nein, ich liebe Filme. Aber wenn ich nicht dazugehöre, möchte ich doch da dran vorbei. Ist klar. Dann sage ich, ich rückspiegele das, wie die da am Drehen waren mit den Bussen da. Aber könnte man... Also jetzt haben sie ja Gott sei Dank ihre eigene Autobahn. Ja. Da können sie ja machen, was sie wollen. Und wie gesagt, zwischendurch machen sie ja in Köln jetzt. Haben sie ja den Trailer gedreht? Ich weiß nicht, aber... Nee, das war in Düsseldorf. Nee, die haben in Düsseldorf... Äh, ja genau. Entschuldigung. Stillen Schnitt. Cut, cut. Nein, nein, war richtig. War jetzt in zwei Szenen. Weil er hatte einmal... Irgendwann in Köln haben wir ja was gemacht. Und davor hat er mit seinem Fahrer uns begrüßt. Und hat gesagt, das ist in Düsseldorf. So in Düsseldorf haben sie gedreht, den Pilotfilm. Oder die sind dran Pilotfilm am Drehen. Und die Trailer am Drehen. Weil der Nils sagte auch gestern, saukalm... Nee, vorgestern. Gestern war war... Vorgestern war saukalm. Da hatten wir minus 1 bis 3 Grad. Da haben die gedreht. Und dann sagt er, ich brauche jetzt eine heiße Dusche. Also das ist ja erstmal duschen gegangen. Ne? Also Nils war schützlos auch dabei. Ist klar, die werden jetzt wohl irgendwie alle eingebunden. Für den Trailer. Dann für den ersten Film. Ich vermute, dass wir ja dann wieder 19 Minuten kriegen. Als Einführung alle weg. Alle wieder neu. Ja? Dann ist die Sache eingestellt. Ja. Genau. Und noch einmal kaufen. Ja? Nein. Nein. Also ihr müsst nichts kaufen. Aber es wäre nur toll, wenn das geht. Warum auch nicht, weil das ist toll. Nein. Sie sind echt superflaschig warm. Ja, genau. Weich. Weich. Also ich habe die mehrmals gewaschen. Auch das. Ist immer noch... Also wunderbar verarbeitet. Sonst würde ich solche Werbung nicht machen. Nur ich mag halt die Sendung. Ich mag den Joa. Ich mag Erlohan. Ich mag den Nils. Die anderen sind leider alle wieder weg. Die Frauen darf ich nicht mögen. Kriege ich einen Elfmeter. Ist klar. Und deswegen... Ist klar. Deswegen sage ich immer, Jungs, alles klar. Ist klar. Ist klar. Alles klar. Okay. Alarm für CoraEls. Das war die erste Sendung hier spontan aus dem Studio. Lasst euch überraschen. Einige Sachen werden da noch geschehen. Ich weiß noch nicht wo. Weiß noch nicht wie. Aber sie werden die. Einmal im Monat. Ist nicht versprochen. Aber wir arbeiten wollen. Also es war die weihnachtliche Sendung zum Abschied. Wir möchten wirklich alle verabschieden. Ja. Weil wir mögen die wirklich. Auch die Hunde. Auch die Katzen. Auch den Schweinen. Auch den Elefanten. Ne. Ist klar. Hermann Joa. Seine ganze Kombo. Das ist ja nicht wenig. Ne. Da sind wir alle. Zum Abschluss. Damit ihr wisst was das überhaupt ist. Alarm für CoraEls. Ja. Äh. Actionkonzept. Das ist eine Wahnsinnsgilde. Das sind viele Leute. Ist nicht einer. Das sind wirklich viele. Äh. Ich glaub das Stumteam ist selbstständig. Richtig? Ja. Äh. 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 Stumteam Walter Marx. Ja. Also laut und deutlich. Damit die Leute hören. Wer war? Stumteam Walter Marx. Stumteam Walter Marx. Dann die Freien Filmfighter. Die Freien Filmfighter. Dann haben wir Team Cobra Eleven dabei. Team Cobra Eleven. Das ist schon. Der Revier Heli weiß ich jetzt nicht ob der dazu gehört jetzt. Der Revier Heli. Achso der Revier Heli. Der Helikopter. Ich glaub schon. Ja. Das ist ja das was immer mit dem Lkw durch die Gegend. Ja. Ja. Also der richtige Helikopter. Keine Ahnung. Wird vielleicht gemietet oder so. Ja. Der war ja damals wie ihr sagtest. Ähm. Ähm. Der Clown. Da wurde ja nicht. Da hat er den ja geflogen. Und dieser Hauptdarsteller hat für einen anderen mal so ein Wester gedreht. Da hab ich euch ja so ein Wunk gezeigt. Also sind alle so ein bisschen verbunden. Martin Held ist ja auch da. Ja. Genau. Der bleibt. Ja wollte ich grad sagen. Ich hoffe wirklich Sven. Wenn du schauen solltest. Durch Zufall. Keine Ahnung. Die Mädels werden dir sicherlich so einen Link geben. Lieber Sven. Du hast eine wunderbare tolle Rolle gemacht. Ich werd dich niemals vergessen. Hier ein paar Meter von diesem Geschäft hier. Von entfernt Rhein-Runzeln. Den ganzen Samstag. Ich wusste nicht wieso ich da reingeraten bin. Aber ich bin außerdem reingeraten. Weil ich mir was zu essen holen wollte. Und plötzlich war. Ich fahr da rein. Ich denk mal das geht denn hier ab. Ähm. Bin einfach nur ganz gemütlich weiter gefahren. Überall abgesperrt. Und da haben die dort gedreht. Der Clown. Mitten im Rhein-Runzeln. Bin ich nie vergessen. Ich musste dann stehen bleiben. Warten. Bis ich fertig war. Draußen hat er gedreht. Dann mit dem Bus. Dann an der Tankstelle. Irgendwie fühlte ich mich an dem Tag verfolgt. Weil ich brauchte Benzin. Ich hatte Kohllampf. Und an dem. Ja. Ich denk mal geht den hier ab. Ja ist klar. Du musst dann warten. Bis dann sozusagen festgehalten. Weil die sind ja am arbeiten gewesen. Man stört die ja sonst. Und es ist da dann der Helikopter hier rüber gebraten. Und hier war richtig was los. Und deswegen kann ich das nicht vergessen. Ja ich war auch schon mal bei Dreharbeiten bei der Clown dabei. Weil ich oben in Steinfeld gearbeitet hatte. Und da hatten die in unserem Lokal eine Schlägerei gehabt. Ja so wie ich da. Da kommt ja die Fensterscheibe gebraten da. Und du stehst dann damit gegen hier ab. Oder wie ich schon gerade sagte auf der Autobahn. Zweimal. Einmal wirklich. Aber also werden wir auch schon mal über die Füße gefahren. Oh nicht. Ja. In Ports. Ja wie gesagt hier in Essen passiert nicht viel. Deswegen machen wir auch die Dreharbeiten hier. Hier können wir in Ruhe arbeiten. Hier waren ja schon viele Schauspieler. Weil manche werden hier zwar auch erkannt. Wenn die offiziell hier sitzen. Letzten von RTL. Die hatten Kopfhörer auch. Und alle waren am gucken. Aber keiner wusste wer da ist. Und Gott sei Dank. Wenn die Schauspieler. Dann kann ich dann sagen. Ja warten. Aber bitte in Ruhe. Nicht belästigen. Also hier wird keiner. Wir sind privat. Richtig. Hier ist alles privat. Hier wird keiner belästigt. Wir machen unheimlich viele Sachen. Gut. Wir haben einmal hier gedreht. Dann habe ich vergessen die Tür zuzumachen. Dann plötzlich hatte ich hier Kunden drin. Dann hatte ich auch sofort Ärger. Weil die mögen das nicht. Dann sage ich. Okay machen sie in Ruhe. Das ist jetzt mein Fehler. Dann habe ich die bedient. Die durften dann ihre Kopies und alles machen. Und dann haben wir dann kurz auch. Ist genauso. Wenn wir jetzt hier arbeiten. Ich habe vergessen die Tür zuzumachen. Die kämen jetzt hier rein. Sehen uns hier. Ja ist klar. Also ihr. An alle Schauspieler. An alle Komparsen. An alle Gäste. An alle Fans. Es ist immer inkognito. Wenn wir was machen. Dann machen wir heute einmal Improved. Das heißt also wir haben uns nicht vorbereitet. Wir sind gerade frisch angereist. Haben uns so. Genau gewichtelt haben wir. Genau wir sind Wichtel heute schon. Also. Ja ich kann ganz vergessen. Ist ja eine weihnachtliche Sendung. Ja ich bin ja nicht mehr so im weihnachtlichen Fieber. Weil meine Kunden mögen das auch nicht. Wirklich. Ich habe ja alles mal gemacht. So hollywoodmäßig. Was ist denn hier los. Seitdem mache ich das nicht mehr. Also wirklich. Ich habe so eine amerikanische Geschichte mit dicken. Alles hier. Mögen die nicht. Aus welchem Grund auch immer. Nicht vielleicht hier an dieser Umgebung. Die sich leider verändert. Ist leider so. Kann man nicht ändern. So. Wir machen Abschluss. Ich bedanke mich total recht herzlich. Dass ihr da wart. Ich bedanke mich total recht herzlich. Dass wir ein Team geworden sind. Dass wir ein Klüppchen haben. Und bei allen 156. Die da im Onlineverfahren dabei sind. Telefonisch sind auch welche dabei. Renate. Weiß jemand Renate? Petra. Ach Petra. Entschuldigung. Renate ist jemand anderes. Aber Petra auch. Petra und. Erdogan ist auch dabei. Nils ist dabei. Sandra ist dabei. Hin und wieder schalten die sich ein. Hin und wieder schalten die sich aus. Auf dem Weg begrüße ich total mit herzlich. Natürlich die gesamte Familie Erdogan. Ist klar. Die hängen jetzt da auch an. Der Junge in einem blauen Hoodie. Dann Erdogan in diesem Hoodie. Seine Ehefrau auch in diesem Hoodie. Aber in Schwarz. Gibt es einmal in Weiß. Dann gibt es in Schwarz. Und dann der kleine Hoodie. Ja genau. Ist das eine Sie oder ein Er? Das ist Mathilda. Mathilda ist ein Sie. Genau. Ja ok. Ich habe das Bild. Da ist Mathilda nur gerade frisch. Mathilda hat ja heute schon so eine Körpergröße. Also sie sieht wirklich aus wie die Mama. Ja. Dann müsst ihr einmal gratulieren auf diesem Bild. Sie sieht 100%ig aus wie die Mama. Also super. Sie gehört ja auch irgendwie zum Film. Ja klar. Sie macht ja auch irgendwas. Nicht das Baby. Sondern die Ehefrau von Erkan. Ja. Und dann grüßen wir natürlich die anderen noch. Tom. Tom müssen wir grüßen. Weil er gehört immer dabei. Der ist geistig dabei. Gott sei Dank war er bei der vorletzten Sendung ja auch wirklich dabei. War auch wunderbar gemacht muss ich sagen. Man hat ihn wirklich toll aus. Der sah so richtig toll aus da. Man hat ihn wirklich so wie so ein Geist. Wie so ein Geist ihn zieht. Ja also ist wirklich stark gemacht. Jetzt sah ich richtig klasse aus. Und nachher zum Schluss. Alles klar. Das fand ich gut. Also die Sendung gefällt mir deswegen weil es Fiktion ist. Das ist totale Fiktion. Ist keine echte Polizeiarbeit. Ich weiß wovon ich spreche. Aber egal. Wie gesagt keine echte Polizeiarbeit sondern fiktiv. Polizisten arbeiten nicht so. Sind auch nicht so schießwürdig. Die müssen nämlich für jede Kugel Rechenschutz abgeben. Aber egal. Die ballern da wie die Weltmeister. Und wie gesagt die haben so eine Action haben die nicht. Ja leider. Aber egal. Mir gefällt die Sendung. Muss ich einfach öffentlich zugeben. Ja. Absolut. Absolut. Seit 96 und senden wir uns ganz yuppie. So eine Art Symbiose ist entstanden durch die Luft. Und plötzlich sitzen wir hier und sagen. Öh. Cobra 11. Geil. Geil.